Die besten drei Tipps für die mündliche Abiturprüfung in Deutsch. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und damit herzlich willkommen zu den Videos zur mündlichen Abiturprüfung, die jetzt in den nächsten Wochen ja noch für euch anstehen, zumindest für diejenigen, Bayern, Baden-Württemberg und so weiter. Und deswegen heute mit dem Fach Deutsch und damit gleich der allererste Tipp, Leidenschaft entwickeln. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du Leidenschaft entwickelst, gerade weil Deutsch für viele so ein langweiliges Thema ist, weil es oft so eine Sache mit den Lektüren und irgendwelchen Charakteren und Epochen und das alles schon so alt und hat keinen Sinn und interessiert mich nicht. Und dementsprechend ist das nämlich genau auch die Energie, die der Lehrer, der sich selbst meistens ja sehr stark dafür fasziniert, ansonsten hätte er selbst ja dieses Fach gar nicht gewählt, um es zu unterrichten. Das bedeutet, dieser Lehrer hat ja nicht nur dich am jeweiligen Tag als mündliche Prüfung, sondern auch andere, ja, deine Mitschüler, die eben auch gesagt haben, ich möchte Deutsch mündlich machen. Und da wird es in den meisten Fällen so sein, dass die Schüler vielleicht ein bisschen unmotiviert sind. Auch wenn sie sich in der Prüfung Mühe geben, merkt man vielleicht trotzdem, dass sie nicht so wirklich eine Begeisterung für dieses Fach haben. Wenn du selbst es aber ausstrahlst, dann wirst du extrem stark einfach aus der Masse herausstechen und vor allem mit deinem Lehrer, dem ja eben die ganze Thematik extrem stark gefällt und der sich vielleicht auch einfach seit all den Jahren mal wünschen würde, dass sich jemand das genauso cool findet wie er selbst, wirst du da eben mit ihm auf einer ganz anderen Ebene resonieren. Und er wird dir dann natürlich auch eine viel bessere Punktzahl geben, einfach nur aus dem Grund, weil du einfach das mit viel mehr Feuer rüberbringst und weil das ihm natürlich auch, ja, einfach sehr, sehr gut gefallen wird. Zweitens, Ausdruck beachten. Ja, gerade in Deutsch ist es super wichtig, dass du dich einfach klar artikulierst, ja, dass du nicht super krass nuschelst, wie es bei mir manchmal der Fall ist, dass du dich vielleicht auch nicht so oft versprichst, auch sowas, wie ich gerade gemacht habe. Ein M kommt nicht so gut, ist vielleicht in anderen Fachern nicht so stark wichtig, aber gerade in Deutsch sind die Lehrer einfach extrem auch auf die Sprache gepicht, ja. Und ich meine, es ist ja auch das, was sie jeden Tag in ihrer Arbeit machen, eben schauen, jetzt in Aufsätzen zum Beispiel, sind da Rechenschreibfehler drin, etc. und es sind natürlich auch meist gehobenere Themen, ja, jetzt zum Beispiel in, keine Ahnung, Kabal und Liebe oder Faust oder was auch immer. Da werden ja irgendwie auch höhere gesellschaftliche Werte und Fragestellungen thematisiert und dann gehört es sich meiner Meinung nach auch einfach, wenn man zum Beispiel über Goethe spricht oder wie auch immer, dass man es einfach auf eine gewisse Art und Weise macht. Und das ist ja eben auch so, wie es der Lehrer vielleicht nicht klar gesagt hat, am Unterbewusstsein trotzdem erwartet. Deswegen versuch dann wirklich einfach auch stark schon in der Vorbereitung auf deinen Ausdruck zu achten, dass du dich eben klar artikulierst, damit du da eben auch keine Punkte verlierst. Drittens, Interpretation vertiefen. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Lektüren geht, dann sollte es eigentlich meiner Meinung nach klar sein, deswegen gebe ich dir jetzt auch nicht so die Standard-Tipps, wie du solltest lernen oder so, soll es eigentlich klar sein, dass du weißt, wie verläuft die Lektüre, wie ist die Story und so weiter. Wenn du aber gerade auch in die höheren Punktebereiche kommen willst, ist es super wichtig, dass du auch einfach die Interpretation, wie man eben diese ganze Story interpretieren könnte, dass du die richtig gut drauf hast. Und dass du da vielleicht nicht nur eine Interpretation hast, sondern dir vielleicht im Internet auch zwei oder drei Möglichkeiten durchliest, damit du auch in der mündlichen Prüfung eben nicht nur sagen kannst, ja, ich würde das so und so interpretieren, sondern dass du vielleicht sogar sagst, nun ja, man könnte das so und so interpretieren oder auch so. Dafür spricht XY, dafür spricht Z. Und so kannst du einfach dich nochmal stark auch von den anderen Schülern abheben und einfach klar auch rausstellen, dass du vielleicht wirklich zu den 13, 14 und 15 Punkte Kandidaten gehörst. Deswegen in diesem Sinne, ich hoffe, diese drei Tipps helfen dir. Wenn du noch weitere Tipps hast, schreib die gerne unten in die Kommentare. Die besten Tipps kann ich gerne anpinnen, damit wir alle voneinander lernen können. Und deswegen in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir bei uns im nächsten Video, dein Leo. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video.